Haben Sie einen ganz kleinen Moment Zeit? Ich muss mal ganz dringend was Sie aus dem Auto holen. Wenn Sie nur mal kurz aufpassen, dass keiner kommt. Halten Sie so einen kleinen Sicherheitsabstand. Ich krieg das gar nicht kaputt. Ist das Ihr Auto? Nein, leider nicht. Aber ich brauch was daraus. Dringend. Und da ist... Den lassen Sie doch nicht einsteigen. Ja, es ist wirklich total dringend. Glauben Sie mir. Gehen Sie in Deckung. Ist zwar nur Autoglas, aber... Hupala. Da liegen noch so ein paar andere tolle Dinge drin. Da können Sie sich was von nehmen. Also, bedienen Sie sich. Ich kann Ihnen auch die Tür öffnen. Hier liegt alles Mögliche drin. Nehmen Sie sich irgendwas. Tschüss, Ned. Danke. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.